Ja, hallo und willkommen zu CrazyDance, damals kleiner Einführung in Elite Dangerous mit Sprachsteuerung auf Deutsch. Dieses Video mache ich hauptsächlich für meine Kollegen Alva und Madnautics und für alle anderen, die es auch interessiert. So, stelle ich euch mal meine AI vor. Marleen? Ja, Kapitän? Fertig mal zum Starten. Geh einfahren. Landestürzen eingefahren. Vollgas. Vollgeschwindigkeit, Commander. Ich bin hier unterwegs mit meinem ersten Hauler, der Mercedes Sprinter unter den Raumschiffen hier, habe ich mir sagen lassen. Scan detected. Waffen ausfahren. Waffen bereit. Mach sie fertig. Waffen einfahren. Waffen eingefahren. Marleen? Ja, Kapitän? Was ist ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch ist ein astronomisches Objekt, dessen Gravitation so extrem stark ist, dass aus diesem Raumbereich nichts, auch kein Lichtsignal, nach außen gelangen kann. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie verformt eine ausreichend kompakte Masse die Raumzeit so stark, dass sich ein schwarzes Loch bildet. Marleen? Ja, Kapitän? Ja, Kapitän? Was ist ein Stern? Ein Stern ist in der Astronomie ein massereicher, selbstleuchtender Himmelskörper aus Gas und Plasma. Ziel erfassen? Ziel wird erfasst. Umgehen. Slipstream deaktiviert, Commander. Perfekt. Du bist ein hervorragender Pilot. Danke schön.